So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben zwei, drei, vier wichtige Sachen für euch heute am Start und zwar erstens heute am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr ist die Team-Go-Rocket-Bonusstunde in Pokémon GO. Es wird ja jetzt, ihr wisst ja, Mittwoch ist immer die Raid-Stunde, 18 bis 19 Uhr, Dienstag ist immer die Spotlight-Stunde, 18 bis 19 Uhr und es gab sogar so mal, es gab mal sowas wie die Wunder-Bonusstunde Donnerstags von 18 bis 19 Uhr, die wurde dann abgesetzt, stattdessen haben sie bei der Spotlight-Stunde den Bonus mit eingebracht und jetzt haben sie sich wieder was Tolles überlegt, nämlich irgendwelche Bonus-Stunden immer am Donnerstag und das ist dieses Mal am Donnerstag die Team-Go-Rocket-Bonusstunde, das heißt von 18 bis 19 Uhr bekommt ihr heute häufiger Rüpel, Ballons, alles um den Hals gebunden, also wer da noch Bedarf hat oder ein paar Krypto-Pokémon sucht oder einfach gerne kämpft, kann das ja nutzen. Dann seht ihr hier schon Demeteros, einfach so, weil ich den gerade als Desktop-Hintergrund habe, denn wer keinen Bock auf Rocket-Rüpel hat und gerne noch Demeteros-Raids machen möchte, der, wer noch gar keinen Pokédex-Eintrag hat, wer noch ein Gutes braucht, wer noch ein Shiny braucht oder so, kann heute stattdessen ab 18 Uhr bei uns in den Stream schauen auf YouTube, denn wir machen wieder Demeteros-Raids für Zuschauer. Normalerweise machen wir sowas immer am Wochenende mit legendären Pokémon, das Ding ist aber, Samstag ist der Z-Day, Sonntag wäre erst Zeit, da ist Demeteros aber nicht mehr da, weil der Samstag um 8 Uhr früh schon geht und ausgewechselt wird. Also müssen wir Demeteros, wenn wir das unbedingt machen müssen und wollen, ja müssen wir ja, sagt ihr, wollen. Wir machen also Demeteros heute ab 18 Uhr, geplant ist eine Stunde, weil wir hoffen, der Bedarf ist nicht so hoch und viele haben das schon und brauchen das nicht oder ist eh Quatsch und ihr habt ja auch die Raid-Gruppen. Wenn es jetzt zwei Stunden, drei Stunden geht, also Donnerstag habe ich theoretisch immer ein bisschen Zeit mit im Gepäck, wer Demeteros noch braucht heute 18 Uhr Raids für Zuschauer mit Shiny Demeteros, dann wurde die ganze Zeit ja gefragt, wegen diesem Entschädigungsevent, für Ticketbesitzer vom Kando-Tag, ihr wisst, Shiny Mew, Shiny Ditto, Shiny Alles, gab es ja erhebliche Probleme und es hieß, es wird ein Entschädigungsevent geben, das wurde angekündigt. Jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das Ganze am Freitag, dem 5. März startet, heute ist nämlich Donnerstag der 4. März, also morgen am Freitag ab 10 Uhr. Beginnt das Entschädigungsevent und läuft bis zum 5. April 10 Uhr, das heißt einen ganzen Monat gibt es das Kando-Bonusevent, das Kando-Entschädigungsevent, wie auch immer, aber was wird entschädigt oder was ist da drin? Hier sind alle Details, aber irgendwie die Details sind glaube ich nur, dass es halt eine Spezialforschung gibt, wow, wo ihr ein paar Items bekommt. Was steht hier? Tickets, okay, wow, Information. Dieses Bonus-Event ist exklusiv für Besitzer eines Tickets, ne, startet am Freitag, dem 5. März um 8 Uhr, äh, um 10 Uhr, endet am Monat um 10 Uhr. Durch befristete Forschung erhaltbare Items. Das ist hier schön dargestellt, auf der Go-Games-Seite sah das nicht so gut aus, deswegen haben wir die. Das sind eure Entschädigungen. Dadurch, dass ihr das Ticket gekauft habt, kriegt ihr das jetzt sozusagen dann geschenkt, wenn ihr die Forschung macht. 30 Hyperbälle, yeah. Ja, ein Log-Modul, okay, Knusp, freue ich mich besonders drauf, möchte ja mein Mewtwo jetzt zum Best Body machen. Eine super Brutmaschine, passt, Glücksei, passt, Silbernes-Ananabeeren, passen, Sternstück, passt. Eine Top-Sofort-TM und eine Top-Lade-TM, ultra genial, da ich in letzter Zeit doch öfters mal solche Sachen benutze und die nicht in meinem Beutel rumfliegen lasse. Eine Sofort- und eine Lade-TM, gut, schmeiße ich regelmäßig, gerade nach der Raid-Mania, immer so 30 bis 40 Stück weg von beiden. Und 100 Mew-Bomboms, hey, da könnt ihr ja, wenn ihr dann irgendwann euer Shiny Mew bekommt, wenn ihr fertig seid, euer Shiny einfach direkt maxen, das ist doch genial. 100 Mew-Bomboms, also sind ein paar coole Sachen dabei, was feiert ihr hier von am meisten? Ich glaube, die Top-Lade-TM und das Knusp, ne? Ansonsten gibt es eine einmalige als kostenlose, einmalige als kostenlose Box im Shop erhältlich. Es gibt eine kostenlose Box, einmalig im Shop erhältlich, Diebe-Inhalte 3, Fan-Rate-Pässe, wieder mal. Ist das jetzt auch nur für Ticket-Besitzer? Na, Yannick weist extra darauf hin, dass alle Trainer daran denken sollten, bis zum Montag, dem 4. April um 10 Uhr, die Gratis-Fan-Rate-Pässe abzuholen und die befristeten Forschungen abzuschließen. Trainer, die versehentlich Zugang zum kostenpflichtigen Inhalt des Pokémon-Go-Tua-Kando-Events erhalten haben, behalten weiterhin ihre Pokémon-Go-Tua-Kando-Spezialforschung. Ja, da werdet ihr wieder mal belohnen für nichts. Und das war's auch schon. Das ist das ganze Entschädigungsevent. Es gibt keine besonderen Spawns, es gibt keine besonderen Raids. Das läuft also so nebenbei, dass keiner mitkriegt, dass was läuft. Aber sie haben den März ja sowieso vollgestopft mit tausend anderen Sachen. Zum Beispiel der Rocket-Bonus-Stunde, die heute startet. Ihr macht diese Forschung. Aber was mehr angekündigt war, ist nämlich das, ein Event mit Nasknet. Und das beginnt am 9. März. 9. März müsste, glaube ich, der Dienstag sein. Zur Feier der neuen legendären Jahreszeit. Ein Kompass-Pokémon Nasknet und noch weitere Bodengesteins- und Stahl-Pokémon häufiger. Vom 9. März, 10 Uhr, bis 14. März, 20 Uhr. Schreibt euch das wieder in euren Kalender. Am Handy mache ich jedes Mal. Dicta, Kleinstein, sehr cool. Magnetilo, sehr cool. Nasknet, absolut wegen Shiny. Stolunior, Pupanz, Kiesling, sehr cool. Und Rodomurf, auch richtig nice, erscheinen häufiger in der Wildnis. Wobei Nasknet erstmals in seiner schillernden Version fangbar ist. Außerdem aus Ayan, Magnetilo, Nasknet, Stolunior, Pupanz, Tarnel und Rodomurf. Aber die meisten davon erscheinen ja auch wild. Da brauche ich die jetzt nicht unbedingt aus Ayan. Aus Ayan natürlich bessere IV, mehr Bonbons, XL-Bonbons, aber die kriegst du ja auch wild. In Raid-Kämpfen. In Raid-Kämpfen der Stufe 1 erscheinen Alola Dicta. Wer es braucht. Nasknet, Kiesling, Rodomurf, aber Kastatur und Klick. Wer also noch Kastatur-Schein ist sucht, der kann da Raid-Kämpfe machen mit Kastatur. Kastatur-Raids für Zuschauer, ich sehe schon. Klick ist ja sowieso oft da. Raid-Kämpfe der Stufe 3. Alola Georock. Magneton. Magneton? Kann man sich ruhig mal eins gönnen, aber könnt ihr natürlich fangen das einfach wild. Entwickelt das. Guckt nicht auf die IV. Nehmt einfach das WP-Höchste. Level 35. Entwickelt das. Ein Magnetmodul dann auch zu Magnetzone. Dann habt ihr einen richtig fetten, krassen Elektroangreifer noch mit bei. Wenn ihr sonst nichts habt. Panzer-Aeron und Metang. Metang, ihr wisst. Hane, Metang, Metagross. Auch richtig genial. Bei exklusiven Feldforschungsprojekten und der befristeten Forschung kann man unter anderem Nasknet als Belohnung erhalten. Den haben wir ja noch gar nicht gelesen heute. Hier sind noch Bilder da einfach. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Sieht doch viel besser aus. Bilder vom Shiny Nasknet und guckt euch diesen armen Drops an und dann einfach mal hier Yeah, seht mich an, wie ich wieder glänze. Das ist Typ Gestein, Voluminas dann Gestein und Stahl. Voluminas sieht da auch sehr gut aus. Das war es eigentlich auch schon alles. Also, Ticketbesitzer müssen sich nur merken, morgen ab 10 Uhr. Könnt ihr eine Spezialforschung abschließen, nebenbei. Habt aber einen ganzen Monat Zeit, kriegt da ein paar coole Items. Und Leute, die auf Shiny-Jagd gehen wollen, merken sich, ab Dienstag, nächste Woche, 10 Uhr, gibt es dann Shiny Nasknet. Ihr könnt euch an den Rates probieren, für Kastatur. Ihr könnt Kiesling natürlich auch als Shiny noch. Auch Magnetilo, Kleinstein, Stolunio. Eigentlich gibt es alles als Shiny, oder? Dicta, Kleinstein, Magnetilo, Nasknet, Stolunio, Pupanz, Kiesling. Rodomurf gibt es nicht als Shiny. Alles andere trotzdem Shiny. Also, ich freue mich auf dieses Event, weil ich finde, da sind ein paar coole Pokémon dabei, die ihr wild bekommen könnt. Gerade XL-Bomber umsammeln ist ja jetzt eh der neue Trend. Und ich freue mich natürlich auf Shiny Nasknet. Ansonsten freue ich mich hier auf die Items und ich freue mich auf die Rates für Zuschauer. Die Rocket-Stunde, Rocket-Bonus-Stunde heute Abend werde ich nicht spielen. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr lieber Rocket-Rüpel prügelt oder ob ihr bei Rates für Zuschauer mitmacht. Beziehungsweise könnt ihr auch Rocket-Rüpel prügeln, solange wie ihr wartet, bis ihr eingeladen werdet. Wenn ihr eingeladen werdet, macht ihr halt den Raid und dann prügelt ihr weiter die Rocket-Rüpel. Und dann gibt es bestimmt Leute, die gerade die Rocket-Rüpel prügeln und eingeladen werden und das fertig machen und dann fertig sind und dann, oh, ich bin nicht reingekommen, habe die Einladung verpasst, kannst du nochmal einladen, wie ihr habt schon gelöscht. Warum bleibe ich nicht in der Liste, ja, ich schicke nochmal neu, hä, da steht, die Liste ist voll, ich kann nicht adden, kannst du mich adden, hier ein Euro, zack, also, ihr kennt das Prozedere. Aber das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend wieder, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer. Ramses und schreibt rein, auf was ihr euch besonders freut, was in diesem Video jetzt gezeigt wurde. Jetzt muss ich wieder hier gucken, wo es ausgeht, da, genau. Ciao.